Hallo zusammen! In diesem Jahr wird die US-Währung ihr Wachstum fortsetzen, berichtet Konkurrent Rux. Der Rubel wird weiterhin seine Positionen auf dem Devisenmarkt abgeben, meint der Chefwissenschaftler des Instituts für Wundökonomie, Dr. der Wirtschaftswissenschaften, Igor Nikolaev. Der Experte hat bemerkt, dass eine solche Situation von, für den Einfluss von Sanktionen auftreten wird. So wuchs der Rubel laut dem Experten im Jahr 2022, weil Russland eine starke Zahlungsbilanz hatte. Das heißt, wir haben viel Währung aus dem Export erhalten, und der Bedarf an Währung für den Import ist zurückgegangen, erklärte der Experte im Rundfunk von Sputnik. Gleichzeitig betonte der Ökonom, dass sich die Situation bereits jetzt geändert habe. So erklärte der Experte, dass die Exporteinnahmen aufgrund der Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, zu sinken begannen. Gleichzeitig sorgte der Parallelimport für ein Wachstum der Anzahl der in das Land importierten Waren. Dies ist der Hauptgrund, warum der Rubel schwächt, und dieser Prozess ist noch nicht vorbei, betonte der Ökonom. Um die Situation in die entgegengesetzte Richtung zu ändern, können jetzt nach Meinung des Experten zusätzliche Faktoren auftreten. Aber für den Fall, dass es keine gibt, kann der Wert des Dollars auf die Marke von 80 Rubel steigen. So denkt Nikolaev, dass solche Stärkung der amerikanischen Währung nicht in der nahen Zukunft, aber genau im aktuellen Jahr geschehen wird. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leakers, und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle.